Es ist eine böse Überraschung nach dem Urlaub. Art de Moss wird nach der Winterpause zum Manager zitiert. Er ahnt nicht, was die Journalisten schon wissen. Werder feuert de Moss. Fristlos. Offizieller Grund? Vereinsschädigendes Verhalten. Bitte um Kündigung, heißt der Spiegelartikel, in dem sich de Moss angeblich um Kopf und Kragen geredet hat. Ich habe nichts zu suchen in diesem erstarrten Fußballland. Und es wird nie was aus diesem Club. Damals hat er das alles bestritten. 16 Jahre später klingt das im Sportclub-Interview etwas anders. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Und wenn ich das gesagt habe, dann ist das ein Fehler gewesen. Das ist die Enttäuschung, da muss man durch die Regeln lesen. Ich war sehr content und happy in Bremen. De Moss ist aber umstritten. Nach der Ära Rehagel krempelt er alles um. Doch Werder ist noch nicht bereit für seine Viererkette. Außerdem gibt es Probleme in der Kommunikation. Herr de Moss, das sind nur zwei Fragen. Warum möchten Sie da nicht antworten? Sportlich läuft es nicht. De Moss redet mit ARD-Reporter Rubenbauer und anderen Journalisten. Zum Verhängnis wird ihm ein belgischer Reporter, der die umstrittenen Zitate aufschreibt. Und als der Spiegel sie druckt, wittert Werder die Chance, de Moss loszuwerden. Der Spiegel ist kein, ist nicht irgendein Boulevardblättchen, sondern das ist ein deutsches Nachrichtenmagazin, das wir sehr ernst nehmen. Und wenn die das auch behaupten, dann müssen wir der Wahrheit wirklich nachgehen. Ard de Moss kämpft vor dem Hamburger Landgericht um seinen Ruf. Und er gewinnt gegen den Spiegel. Gegendarstellung, Unterlassungsklage, alles, was Werder verlangt hat. Doch der Sieg kommt zu spät. Werders Bosse haben schon Dixie Dörner als Nachfolger installiert. Der Beckenbauer des Ostens führt den Libero wieder ein und Werder aus dem Tabellenkeller. Vor dem Bremer Arbeitsgericht klagt Ard de Moss weiter. Jetzt gegen Werder. Er will die Wiedereinstellung als Trainer erstreiten. Doch in letzter Sekunde kommt es zur Einigung. Man trennt sich nun offiziell in gegenseitigem Einvernehmen. Als Trost bekommt der Holländer eine fette Abfindung. Ich glaube, es waren nicht eine Million, aber ich muss sagen, die haben sehr schön alles abgehandelt. Das war sehr korrekt und sehr fair. Und das hat auch Wege getan bei Willi Lemke, das hat auch Wege getan bei Fischer und Böhmer. Hören Sie mich nicht? Werder und de Moss. Ich habe nur zwei kurze Fragen. Ein Missverständnis. Heute arbeitet der Holländer als TV-Experte und Berater. Seine Trainerstation in Bremen endet kurios am Weserstadion. Rückwärts aus der Einbahnstraße.